Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Curious Expedition. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wo geht's hin? Yolumpani Drylands. Klingt gar nicht mal schlecht. Gibt's einen Buff-Tempel. Die Goldene Wüste. Ne, wir haben gerade eine Wüste hinter uns gelassen. Und das alte Grasland. Vergraben Goldene Pyramide. Vergraben Goldene Pyramide. Und hier. Wir versuchen unser Glück mit dem Grasland. Ach, stimmt. Wir sollten in unter 80 Tagen die Expedition abschließen. 100 Pfund. 100 Pfund ist kein schlechter. Ein vermisster Ehemann. Okay. Wer der. Wo ist der? Scout, Schamane, Soldat, Seemann. Wir behalten unsere. Definitiv. Schaffen was, 100 überzubehalten. Müssten wir eigentlich. Das will ich dabei haben. Munition sehe ich hier nämlich offensichtlich keiner. Der Schamane spart uns die Erste-Hilfe-Packs. Brauchen wir eigentlich 100 oder brauchen wir nur 50, um den Esel abzugraden? Ich glaube, wir brauchen nur 50. So, damit sind wir auch gut ausgerüstet. Und sollte ich mich geirrt haben. Ja, wir brauchen nur 50. Auf geht's. Aha. Schreinhändler-Dorf. Ich plündere zwar nur ungerne Schreine, wenn wir erst noch ins Dorf müssen, aber... Oh, ja, aber dieses Mal lohnt es sich. Den Händler nehmen wir auch mit. Was gibt's hier unten? Hyänen. Dann zeig mal her. Wir haben sowieso nicht so viel, was wir tauschen könnten. Schokolade ist ziemlich feuer. Ja. Wir haben noch 10 Schokolade und 4 Whisky. Das entspricht nochmal zusätzlich diesem... 180 geistige Stabilität. Ich glaube also weniger, dass wir das brauchen würden. Okay, die sind so gut wie gar nichts wert. Dann behalten wir die auch erstmal. Hm, ne, für die Schatzkarte will er auch ziemlich viel haben. So, das Dorf nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, wer kriegt das Upgrade? Okay, ich denke mal unsere Entscheidungen, hm. Der Soldat oder der Scout. Mehr aufdecken ist natürlich immer so eine feine Sache. Mehr Stabilität durch Kämpfe auch. Der Soldat kriegt's erstmal. Auf dem Weg nach unten nehmen wir nämlich auf jeden Fall noch die Hyänen mit. Ausruhen könnten wir uns hier auch. Das überlege ich gerade. Wir haben gar keinen, der die Sprache spricht, ne? Hm, ein Wildmus Lama. Aber dafür müssten wir schon ziemlich viel auf den Tisch legen. Okay, ich glaube, das ist ein guter Tausch. Die Zähne brauchen wir weniger. Die Speere hätte ich eigentlich ganz gerne, aber... Und auch wieder extrem teuer. Ne, wir behalten das so bei. So, dann verlassen wir dieses Dorf. Gut, wir müssten wahrscheinlich eh runter. Dann laufen wir mal den Hyänen entgegen. Oh, hier gibt's eine ganze Menge. Ernsthaft? Sind die blind? Also, das wird die Höhle sein. Das sieht nicht nach einem Wasserfall aus. Ich tippe darauf, das ist der Wasserfall. Ich glaube nicht mal, dass wir dafür das Dynamit brauchen. Und was war die Höhle. Wir sind die Höhle. Ich bin die Höhle. Für das ist der Maschnecht. Ich hatte eine Chance für die Höhle. Und ich bin. Hier bin. Und ich bin. Da ist der Maschnecht. Dann wäre ich gerne eine advise, die Höhle. Ich bin. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Das ist ein paar Chancen. Ein grundsätzlicher Kerl. Ha, so geht's auch. Dann. Die Höhle. Ah, hier wird wahrscheinlich der verlorene Ehemann sein. Der Wasserfall. Dann fehlt noch ein Schrein. Ein langer Untergrundtunnel, nee, den lassen wir. Den könnten wir jetzt zwar entlang, aber... Guckt mal, ein T-Shirt. Ich bin eigentlich der Meinung, wir werden zum Mitteln fertig. Guckt mal auf, den auf, und den Haspel mal neu. So. So. So, Tiger erledigt. Okay, hier wird sich der Schrein befinden. Hier ist der. Okay, nehmen wir mit. Und wir können uns den Gorilla auch noch einverleiben. Auf dem Weg finden wir bestimmt noch mal Möglichkeiten zu handeln. Wir können auch erst mal gehen und gucken. Na, er hat uns ge... Wir haben ihn gebrüllt so. Aber sehr gut. Dann gehen wir unten rum. Ob wir den Wasserfall mitnehmen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das Portal möchte ich auf jeden Fall aufdecken. Benutzen wir die Kletterausrüstung dafür. Ein Abgrund formt sich. Gut, gut. Also ich möchte nicht in diese Nebenwelt. Und da sind uns diese Würfel dann auch recht unnütze. Brauchen wir den Wasserfall? Das ist auch eine interessante Frage. Eigentlich eher nicht. Tja, hat sich das mit dem... ...Gorilla erledigt? Ah, sehr gut. Das ist ein Siegel. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte das für ein paar Ta... Hm, ein Krokogator-Krokodil. Okay, also sind wir definitiv in Afrika. Es wäre interessant herauszufinden, ob die sich wirklich die Mühe gemacht haben, diesen Unterschied im Spiel einzubauen. So, genau. Das dürfte das zweite Camp sein. Unser Ziel ist ja relativ klar. So, erstmal den Whisky. Ja, dann ist nicht die Gefahr gegeben, dass die Leute den wegsaufen. Sehob, was immer du sagst, unser treuer Scout. Wie weit können wir damit... Na, es lohnt sich kaum. Hm, oder? Hm. War keine schlechte Entscheidung. Steinkreis. Was gibt es hier? Ein Panther. Dann gibt es hier noch ein Lager. Noch eine Höhle. Das würde wahrscheinlich das Anstück von den Tunneln sein. Ein Dorf. Das könnte sich hier oder hier befinden. Hm. Hm. Alle Schreine aufdecken. Fertig. Ja. Haha. Das war jetzt sehr nützlich. Ähm. Genau. Den haben wir. Und dieser Wassertümpel liegt hier hinten. Aber der gibt normalerweise einen Hinweis auf... auf die vergrabene Pyramide. Deswegen nutzt uns das jetzt relativ wenig. Ähm. Gut. Erstmal bis hierhin. Vielleicht haben wir Glück und... Ja. Der Panther ist so froh. Damit greift er uns an. hours nach. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja gut, das zwickt tatsächlich ein bisschen, aber... Panther ade! Gut, ja gut, die Eingeborenen sind ziemlich wütend. Fleisch, was haben sie denn im Angebot für uns? Mangos, die möchte ich gerne haben. Die Speere, wenn es möglich ist. Wir bezahlen mit Zähnen. Den Weitsichtpilz, hm, ich weiß nicht, hm... Wie viel für so ein Ding? Ja, doch, nehmen wir ihn dazu. Deal. Und dann gehen wir, bevor sie sich viel zu sehr über unsere Anwesenheit aufregen. So, auch da hinten gibt's noch Tiger und Krokodil. Entschuldigt einen Moment. Ah, ein verdammter Frosch im Hals. So. Ach, wir sind immer noch mit einem... So. Hm, ist kein sonderlicher Umweg da hoch. So. Ah, zwei Fackeln. Ahem. Ahem. Tribut zahlen? Wir sollen den Tribut zahlen? Ich zeig denen, was ich denen zahle. Na mal, nimm mal. Ein bisschen Overkill darf sein. Das Ding heben wir auf. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Das Ding heben wir auf. Einen davon hebe ich auf. Und dann lasse wir nochmal neu. So. Wenn ich jetzt Glück habe, was ich wahrscheinlich nicht habe, so. Doch. Gruppen. Multi-Attacke. Ah, schade. Heilt nicht so viel, wie ich mir gewünscht hätte, dass es heilt. Aber immerhin, den Großteil unserer Gruppe haben wir damit erledigt. Hm? Den benutzen wir direkt mal, um unseren Verletzten zu heilen. Der hat unseren Seebahn gefressen. Da war nichts, was ich tun konnte. Ach ja? Ich weiß schon, was ich mit dem tun könnte. So viel Geld kann uns seine Frau gar nicht zahlen. Pause. Na, einer Gruppe wütender Eingeborener. Na, kommst du wohl. So, darauf können wir verzichten und tolles Areal, durch das wir uns gleich durchkämpfen müssen. Ähm, was werfen wir noch? Weg. Seile behalten wir auf jeden Fall. Hm. Die Kletterausrüstung. Ah, schön. Der gibt wenigstens einen zusätzlichen Verteidigung. Du Mistkerl! Könntens drauf anlegen. Alligatoren sind zwar stark, aber wir könnten dem eine Menge Dynamit um die Ohren hauen. Ich denke mal, das würden wir hinträgen. Das Vieh scheint offensichtlich blind zu sein. Ja, jetzt sind wir wieder überladen. Auf die Speere möchte ich nicht verzichten. Die Fackeln werden wir nicht mehr brauchen so schnell. Wenn die Schildkröte schlüpft. Mal sehen. Eine Schamanenhütte und ein Dorf soll es hier noch geben. Also die Schamanenhütte wird hier sein. Mit dem Stamm werden wir uns wohl auseinandersetzen müssen. Na, kommst du wohl her. So. Das wäre erledigt. Mitnehmen. Alles. So. Den essen wir. Ach. Dann. Was könnten wir bei dem noch gut eintauschen? Die geben in London nicht sonderlich viel. Können wir uns selber mit einem kleinen Satz Heilpilze versorgen. Ne, da ist er dann wieder überbezahlt mit. Und machen wir es so. Deal. Okay. Oh. Ein Baba? Der ist neu. Oder? Ich bin der Meinung, früher war das immer nur eine Schildkröte. Ich weiß nicht, ob die im Dorf noch mit uns reden. Ich glaube eher nicht. Die werden wohl eher Tribut haben wollen. Gucken wir mal. Miss Durant. Mhm. Boah. Cool. Wir haben einen eigenen Raptor. Yeah. Ja. Ja. Okay. Spritefehler offensichtlich. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Die heben wir auf. Die heben wir natürlich auch auf. Einen da. Den heben wir auf. Den heben wir auf. Noch eine Sperrverteidigung und ... Yeah! Wow! Was für ein Durchgang! Und wir sind auch noch als Erster da! Gut, wir haben geringfügig alles gegen uns aufgebracht, was irgendwo auf dem Weg gelegen hätte. Haben einen riesigen Abgrund in die Landschaft gerissen und haben viele wahrscheinlich bald artgeschützte Tiere erlegt. Noch können sie nicht artgeschützt sein, noch weiß keiner, dass wir sie erlegt haben. Puh, dann ... Mal sehen, die behalten wir. Das wird leider verderben. Die behalten wir. Den geben wir auch mal weg. Wow, das ist Beute, würde ich mal sagen. Da dürfte einiges bei rumkommen, wenn wir nach London zurückkehren. Also ... Naja, schade um unseren Seemann. Ernsthaft, das ist blöd gelaufen. Aber wir haben einen Raptor-Horn. Sehr intelligent, aber hochgradig aggressiver, fleischfressender Dinosaurier. Hm ... Ich liebe ihn jetzt schon. Ah ... Da geht einem doch das Herz auf, wenn man so eine niedliche, fleischfressende Bestie sieht. Guck mal trotzdem noch mal auf die Karte. Ach ... Ich hasse das. Naja. Wer wird unseren Seemann schon vermissen? Wir haben einen Raptor. Was gibt's denn? Schwarzmarkt-Händler, Navigator oder Frischluft-Fanatiker. Ah ... Wir haben nur noch zwei Expeditionen offen. Und ich weiß nicht, ob's dann ... Naja ... Naja, komm ... Wow, ernsthaft? Selbst wenn wir Nullpunkte mit nach Hause gebracht hätten, hätten wir den geschlagen? Okay ... Du gehörst in ein Museum. Du gehörst auf unser Bankkonto. Genauso wie diese hier. Du gehörst in ein Museum. Verhalten wir den ... Es sind nur 10. Er kommt. Die Zähne gehen komplett auf unser Bankkonto. Die Trommeln gehen auf unser Bankkonto. Also Vorsprung. Wir haben einen Vorsprung von fast 300. Und die Krokodilhaut ... Auch. Wow. 1900 Punkte. Satter Vorsprung für alle anderen. Hallo, was macht die bitte die ganze Zeit auf ihren Expeditionen? Ja. Beim nächsten Mal hätten wir wieder Savanne, Grasland oder Wüste zur Auswahl. Vergrabene Pyramide, Pyramide, die gefunden werden kann und mit mysteriösen Siegeln. Ich glaube, wir nehmen uns wieder die Savanne vor. Aber für heute muss mal Schluss sein. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ist mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel findet ihr in der Videobeschreibung, falls ihr Interesse haben solltet. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.